Ja, also, ähm, ja, ich brauche nicht sagen, herzlich willkommen zurück zu Minecraft, wahrscheinlich wird das eine Folge bleiben. Wenn nicht, dann herzlich willkommen zurück zu Minecraft! Und da sterben schon wieder Typen, das ist ja alles so schlecht. Gut, die beißen nicht gegenseitig. Nein, die stirbt da. Ich bring die jetzt einfach alle mal um. Jetzt, ne? Habe ich jetzt gerade mal Bock drauf, die alle umzubringen? Das Leben zu nehmen. Slash XP. Mist, nicht geschafft. Ich brauche, wir müssen mal überleben, aber wir brauchen Brot. Weizen, Weizen, Wachs, mein... Nein! Mist, das klang jetzt gar nicht in Kursen. Nein! So, der ist auch tot. Gar nicht so schlecht, auch tot, auch tot, auch tot. Ein gruseliges Höhengereich. Auch tot. Baum, beide tot. Oh, eine Schlucht. So eine übelste Schlucht. Alter, Schwede. Geil! Geil! Die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Du weißt, ich kann es mal sehen, weil da immer alles so auffällt, ne? Auf jeden Fall müssen wir wieder Copperstone fahren. Ach, das ist die Schlucht schon wieder, ja. Okay, dann grab ich hier mal weiter, ne? Mal sehen, ob es hier irgendwie weitergeht. Oh, da ich hab ne Idee, wir graben uns einfach mal in die Schlucht runter. Ich mein, ich kann ja nicht schaden, ne? Wenn man sich da einfach mal runtergräbt. Also kann schon schaden, aber nur, wenn man jetzt dämlich ist und da mal kurz rum... Puh, erschreckt mich. Hm, diese Scheißtüten, die regen mich auf. Ich mach das hier mal zu. Nicht, dass man da noch rüberfällt. Creeper. Nicht so schön. Hallo, Creeper. Okay, aber es hat die Spextextur. Das ist gut, ich hatte nämlich... ...befürchtet schon... ...dass er die Spextextur nicht erkennt. Puh. Das wäre nämlich ganz böse gewesen. Ja, ja, ganz böse, böse. Wäre gar nicht nett, nett. Ich geh nochmal... Ach, ne, ja, doch. Ich muss ja hochgehen. Wir haben ja keinen... ...Koppelstern... ...äh, keine Spitzhacke mehr. Manu. Äh, so rum. Oh, hm. Nein, ich kann mir keine Pickaxe machen, Manu. Ich will meine Pickaxe machen. Ja, gut. Aber aus Stein kann ich sie wenigstens machen. Das ist doch schon mal schön. Dann haben wir das auch gemacht. Jetzt hat meine Maus gerade wieder gespackt. Das fand ich nicht ganz so schön. Wir brauchen Brot, meine Güte, wir brauchen was zu essen. Das Leben im Hunger ist nicht ganz sehr, sehr schön. Das wäre ja nicht sehr schön. Könnte ich gar nicht mit leben. Wenn es nicht symmetrisch wäre. Was, was, wenn, 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 wenn... Oh nein, das wäre gar nicht schön, wenn es nicht symmetrisch wäre. Gut, das ist alles noch in Ordnung. Auch noch in Ordnung. Auch noch in Ordnung. Nicht mehr in Ordnung. Fuck, was haben wir hier irgendwie Lichtgrad? Elf? Oh, neun. Geht der noch? Ich dachte, hier kommen wir uns gleich Monster entgegen. Und jetzt hat er noch ein bisschen Zeit. Was haben wir denn hier? Neun. 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 Forever nine. So, ich kann F3 auch mal wegmachen. So, dann gehen wir doch noch mal runter, meine Damen und Ehren. Meine Damen und Ehren, ich finde es kacke, dass ich gerade so rede. Warum tue ich es denn? Ich höre Wasser. Warum höre ich Wasser? Höre ein Wasserlauf. Ja, wahrscheinlich ist hier irgendwo in der Nähe Wasser, würde ich mal sagen. Also, das wäre jetzt irgendwie das Logischste, ne? So. Einstellen und dann geht's weiter. Auf jeden Fall können wir hier ordentlich Copystone fahren. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und da jetzt mal kurz alles ausleuchten. Ah, ihr scheiß Teile. Wisst ihr, wie ihr nervt? So, jetzt habe ich euch alle mal umgebracht. Das ist auch gar nicht so schlecht gewesen, ehrlich gesagt, dass ich euch umgebracht habe. Ich glaube, ich buddle mich mal in irgendeine Richtung. In die da. Immer so in vierer Schritten. Und davor Eisen. Cool. Das war das, was ich jetzt gebraucht habe. Ich wollte gerade sagen, es wäre ja schön, wenn wir nochmal Eisen befinden. Und das ist eigentlich... Oh, ich hatte ja gerade voll den Schock. Okay, hier sterben irgendwo Zombies. Ich gehe da mal hoch. Oh mein Gott. Also, ich bin ja echt nicht so der Monster-Fan, ne? Irgendwie so über... Es war ja schon hart, dass ich mir überhaupt mit solche Höhen reingetraut habe. Boah, alter Schwede. Ihr denkt jetzt manchmal so, bestimmt so... Boah, alter Pussy. Man, ihr traut sich ja nix. Aber ich bin ja mal die Oberpussy. Stell auf friedlich und gehe da wieder rein. Ach ja, aber dann, dann, dann stimmt. Dann fühlt sich unser Leben hier wieder auf. Und wir können immer noch nicht sprinten. Oh. Ja, wir hungern. Das ist ja blöd. Egal. Komm. Man hungert halt manchmal. Ist halt manchmal so. Kann man halt nix gegen tun, ne? Was haben wir hier für'n Grat? Bestimmt nicht so'n schönen Grat. Aber mir ist es... Das nervt aber jetzt gerade. Das ist mir nix. Löwenzahngelb. Oh ja, wir essen Löwenzahngelb. Das schmeckt bestimmt lecker. Am besten trinken wir Löwenzahngelb. Boah, die waren ja echt direkt an uns ran, die Zombies. Die waren direkt hier. Oh, das nervt. Immerhin sterben wir jetzt nicht. Ich kann nicht mal wieder nach oben. Bei der Pappappappapp. Kohle. Da-da-da-da-da-da-da-da. Schon wieder sind ne Mega-Cola-Ada. Da wette ich mit dich. Da wette ich voll mit dich. Da wette ich mit dich um ganze Lotto-Sechser-Zahlen. Ich wette mit dir auch um Spiel 77, okay? Ja, 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 wette mal um Spiel 77, während ich hier dann mal was Logisches mache. Während du weiter im Spiel 77 wettest. Ich glaube, ich mache noch ein paar Fackeln. Ein paar Fäckelchen. So. Daraus entsteht aus Spex-Stöcker und Spex-Kohle entsteht... ...Honeyball-Fackeln. Denn, denn, denn. Boah, wie kreativ ist das denn? Ich glaube es ja gar nicht. Oh, das nervt. Oh, man gewöhnt sich dran. Das manchmal so ruckelt. Moment! Kann ich denn nicht einfach eigentlich... ...die Geh-Bewegung ausstellen? Ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Nein. Das bringt sie mir auch nicht. Gut, dann mache ich die Geh-Bewegung wieder an. Ähm, Moment, wo haben wir es? Maximal F ist, wenn das das mal... ...schön, nein, 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 alles... ...okay, düster. Was? Warum düster? Wir sind immer auf 50. So. Deshalb ist das hier so dunkel. Deshalb kommt mir das so dunkel vor. So. Das ist bestimmt das Spannendste, was es in Minecraft gibt. Und das ist Kohle abbauen. Yay, wow, da war richtig viel Kohle oben. Boah, ey. Oh. Okay, jetzt weiß ich auch, wo die Zombies waren. Denke ich jedenfalls mal. Wir sind doch schon ganz schön weit unten. Könnten wir uns mal... Kohle, Eisen, da hast du schon wieder Erde. Eisen, das nervt irgendwie, weil ich es so mache. Ich weiß nicht, was ist das? Äh, Kohle. Ähm, Kohle. Äh, Wasser, Eisen, Kohle. Was ist das? Eisen. Äh, okay, Eisen, Wasser, Wasser, Eisen, Eisen, äh, Eisen, Eisen, Kohle, 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 Kohle ist gar nicht schlecht, äh, Wasser, Wasser, Stein, Steinkohle, äh, Gravel, Stein, Erde, okay. Ja, super erläuterung, Paul. Was ist denn da zu sehen? Äh, äh, Wasser, äh, Eisen, Kohle, Kohle, Eisen, Wasserscheiße? Wir haben keine Pekex mehr und ich will jetzt wirklich keinen Scheiß mehr sagen, das nervt mich langsam. Bin ich nie. Hm, das nervt. Baradab, 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 Baradab. Baradab, 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 Baradab. Oh, dann müssen wir gleich schon wieder rein, denn gleich hilft es wieder Nacht. Dann kommen die bösen Zombies. Oh, da, wo ist die Sonne? Oh, ja, sind gerade am Untergehen, das passt ja. Dann können wir eigentlich noch weitermachen, aber... Wachs, 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 wachs. Ihr sollt wachsen, habe ich gesagt. Dann schlafe ich mal, kann ich noch nicht. Dann arbeiten wir noch ein bisschen im Keller weiter mit Cobblestone. Und in der Zeit könnten wir eigentlich schon mal... BAM! Machen! Das Eisenerz in den Ofen haben und uns Kohle nehmen. Was der Rest...